Und weiter geht's mit neuen Fröschen-Leveln. Mit neuen Fröschen-Leveln? Fröschen, ja. Unverbraucht. Bei mir kommen noch Frösche an. Frösche. Ja, passt ja. Der sieht eher aus, als würde auch Reisen gehen. Okay, ich nehme alles zurück. Doch, doch. Die höre ich ja können. Dunkel. Ich habe irgendwann das Gefühl, in den ersten Gelten konnte man mehr abwerfen. So im Hintergrund fahren. Das sind die werden gefühlt länger. Hier ist links. Der rennt auf dich zu. Und bremst stark. Und kriegt von mir einen hinten drauf. Oh, ich siehst ja mit dem Schmittling. Oh, oh. Komm, fangen wir wieder zurück. Ich fahre, was das ist. Dem können wir bestimmt noch nicht gewarscht werden. Nee, da ist die Möge. Komm, ein Zefra. Also, ein Zefra-Kopf. Wieso ist denn nur ein Zefra-Kopf? Ach so, du bist schon wieder weg. Aber ich bin doch noch bei dem Zefra da unten. So, ich schreib's. Sie gehen nicht. Ich glaub, das kann man nicht. So, ich stehen bleiben. Okay. Die sind doch lieber hier an, wo du drankommst. Statt immer zu versuchen, die abzupfingsten, die ich auch einsammeln kann. Schnappkrokodil. Ja, das Tierreich ist gefährlich. Oh, guck mal was. Klingt jetzt, als ich da wäre erlobt. Hoppla, äh, bald ist doch alles nieder, aber der Pfeil zeigt er doch auch. Deswegen gehe ich erst mal in Ruhe. Gucken wir, was hier so ist. Nix. Oh, du warst noch gut, Röse. Nix. Das Wichtigste im ganzen Spiel. Und jetzt muss ich die Röcke bestimmt wieder mitnehmen. Oh, du bist ein Schlau. Ich will erst mal die andere Seite. Ja, ich muss ja auch über die andere Seite kommen. Nein. Aber hier ist nicht. Ah, doch. Na was. Ich habe hier so genug zum Abwerfen. wie schon. So, du, du. So blöden wir mal. Was sollst du? Die haben wir schon. Was sollst du? Die Felme haben wir schon. Hm. wenn ich konnte springen macht er das ja einer muss ich schon opfern das ist nicht nur noch dass es nicht vor ihm stehen bleibt klar hast du doch gesehen das ist schwierig Ich seh's. Ah, die Form ist möglich. Bist hier oder nicht? Hm. Achso, du musst hier aber schon entlang berühren. Hier kommt! Das finde ich nicht. Da hinten in der Ecke gibt's bestimmt auch irgendwas. Aha, ich wollte aber erstmal ein bisschen hoch ein, weil ich mir das ganze an... Wie langweilig ist das? Oh, du minst. Ja! Ich muss uns aber auch hoffen, wenn wir noch geben. Ich darf sie nicht einfach nur so aufgehen. Schöne Fröte. Ich bin die Südbröte. Die Hände sowas waren auch schon kontrollieren. Du beschwerst dich dann wieder, dass keine da sind. Ja, das war zu optimistisch. Das war zu optimistisch. So, äh... Jetzt stehen bleiben. Rechts. Oh. Um das mal abzukurfen. Für solche Spieler hab ich dich dabei. Guck mal. Oh. Für die muss noch eine Brücke bauen. Ja. Da, da. Stopp, 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 stopp. Weiter. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Ach, das war's. Oh, 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 das war's. Oh. Oh, das war's. Hm? Wir haben ... ... schon ein weiteres Teil. Oh, okay. Hm. Hallo. Hä? ja Ach so! Machst du auf, geh mal nach unten. Ah, da ist er wieder. Ob er uns jetzt lieber hat... Das macht uns zumindest den Weg frei. Ja, die muss ich mir nachher eh nehmen. Guck mal, die gucken wir uns zu. Guck mal, die gucken wir uns zu. Ah, da ist es so. Aber ich bin mir so in der Schildkunde. Ja, die muss ich mir nachher eh nehmen. Guck mal, die gucken wir uns zu. zumindest alle blumen ich weiß nicht wenn einem das eigene Kind auslacht hat wenigstens einer Spaß so, auf zum Hopfbord hoppel die Hüpf die kriegt gleich eine von fasten ich glaube, du musst auf die Flasche spielen ich glaube, du musst auf die Flasche spielen also hier oben an der mittleren gibt es dann auch eine Blume das war ja schon fast offensichtlich ja, komm, 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 komm ich hab dich nicht aus doch, oh, krass oh, die machen wir ja platt hier ja, komm, 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 komm ich bin nochmal da runter da können wir hier die Fressplanzer da können wir da die Fressplanzer und du? wer ist hier nicht? also außer dahinten die ganzen Konzepte haben wir nicht mehr die aber auch Foto kommt dann kurz das ist ja das ist ja auch so, wie ist das denn so schnell? Halt sie weg. Schmerzt uns einfach gar nicht gut an. Geh zurück, 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 du Bestia! Aber ich glaube, du musst auf ihr Gesicht springen. Wollst du im Wroch? Der hat dich schmeckt. Jetzt nehmen wir die Schminek. Oh, jetzt ist sie wübsch. So, und jetzt so. Genau. Ich mach das mal. Nein, die Zuschauer wollen nicht sehen, wie ich das mache. Ja, guck mal. Ich hab noch eine Schnecke. Du darfst den Ess aus dem Gesicht springen. Da ist sie so schön. Ich hab noch nicht gesehen. Ich habe einen Geist gesehen. Du kannst nicht so schönEig aufgehen. Einige engliederlachen. Ich hab noch nie genutzt. Das war's für heute. Wir sollten vielleicht auch mal wieder was anziehen. Ja. Könnte helfen. Nee, das geht hier nicht. Ach so, aber das... Oh Mann, wir müssen wieder bei Null anfangen und Geld sammeln. Ja. Ja. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Achso, da kommt der Schlangenabstand hoch. Sicherlich. Ja, hier. Da, wo es runter geht. Oh, der ist auch schwer. So, jetzt kommt hier die Superstar. Was ist das denn? Der hat schon da oben geblieben. Das ist nett, aber jetzt kommen wir wieder runter. Wir sind nämlich immer nicht fertig. Hm. Ich hab's da hingekrabt. Ich hab's da oben geblieben. Ja, ist süß. Ich hab's da oben geblieben. Das ist nicht so, weil ich noch mal so eine Klingelblume verschont. Oder sowas wie da unten. Da oben ist immer noch ein Stoff. Ich glaube, das ist immer noch leicht. Schließe mal ein Achtung. Ja. Super. Hast du gedacht, hast du an mir gezweifelt? Ich weiß, das war jetzt nicht unbedingt die Leichtes drauf, geil. Ich schlug's da. Ich konnte es eben so kommen. Ach. Ach, unsere Freundin helft ja schon wieder. Kannst du mal so eine Stamm-Attacke machen? Die war nicht, dann kann ich mich nicht mehr raus. Ich kann mir vorstellen, dass ich da immer noch so viel was wir brauchen muss. Oh, hier gibt's noch eine Kampel. Schneekel. Büsch. Büsch. Das ist übrigens auch mal ganz gefolgt, ne? Es gibt hier drei verschiedene Farben von Gebüsch. Nur um das mal festzuhalten. Haben wir denn alles? Ich glaube, die Blumen haben wir alle. Hey, sogar die roten Münzen. Hättest ein bisschen mehr Leben. Hättest du mir ja mal drei abgeben können. So, anziehen. Ich renne jetzt als Asia-Land-Brun. Guck. So, fände ich das auch. Match. Könntest du mal bitte auf der Welt? Was dürfen wir hier machen? Ziele drin. Achttausend irgendwas. Wirf Eier auf. Alles. Das gibt eine ganze Menge. Auf alles. Ich glaube, hier wird es fast besser sein, wenn wir einzeln laufen. Ich vermute mal, hier gibt es Eier und dann kommen wir zu zweit hier. Besser schießen. Ich vermute mal, hier gibt es Eier und dann kommen wir zu zweit hier. Ja, es gibt jede Menge davon. Ganz so viel in der Flüge. Da kommt man gar nicht mehr. Ach so, da ist es. Du fangst, du fangst. Du fangst, du fangst. Du fangst, du fangst. Untertitelung ab 20.05 Wow! Okay. Das war's für heute. 8000 haben wir gebraucht aber ich glaube uns fehlt normale ich glaube uns fehlt normal ganz schön viel ja ganz so schlecht auch noch gar nicht oh haben wir sogar aber mindestens eine rote Münze fehlt oh bitteschön hab ich Leben verloren die 10 ist die Startleben du hast wahrscheinlich nur keine eigentliche na danke so denkst du als an mich reicht doch muss nur einer von dem jemals erstmal können wir jetzt neue Klamotten kaufen endlich aus dem ollen Popmaché raus ein neues Popmaché die Musik ist toll die geht so richtig tief ins Gehirn und macht da was kaputt Schlange Giraffe Blume mit dem Frosch mit Rosapunkt Koko Punktekarte Plaster Blume Bibi Bibi Nashorn Bibi Nashorn P砲 hoi warum liegt er eigentlich naja ihr wisst ja wie es weiter geht Nashorst was Nashorst Stand bei dem anderen auch schon da. Achso. Tatsache, Forst. Oh Mann. Super. Ja. Können wir hier noch eine Sammelaktion machen? Hm. Spiegelchen auf dem Weg. Orangenes Koko. Das sind was? Das ist das erste, das würde ich sagen. Na dann. Genau. Such mir ein Orangenes Koko. Der hätte nicht zufällig die tausend Büsche jetzt suchen können. Nein, der wäre ein Orangenes Koko. Ich habe da was kaputt gemacht. Ja, nichts mehr. Achso, macht man das eigentlich? Oh ja. Du bist so langweilig. Achso. Sag doch was. Was? Ich bin hier voll und ganz auf den Hintergrund konzentriert. und auf alles, was bunt und leuchtend ist. Was? Tatsache. Du bist manchmal. Du bist旋 Castelfrening. Oh! Du bist sicher! Du bist countsher. Und du bist cool. Und du bist? Aua! Aua! die müssen dadurch ja ich glaube ein krokodil findet man nicht so dass es nicht so eine kalme ein krokodil findet man nicht oben im himmel ja stopp 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 das da hinten siehst du das war ein krokodil die folge auch schon wieder geschafft bis zum nächsten mal tschüss